Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den super günstigen 12,95 Euro Adventskalender von Action mit Spa-Exklusives. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt ja auch den Max & More Adventskalender und da geht es halt viel auch um Schminkprodukte. Hier haben wir jetzt einen reinen Pfleger-Adventskalender und ich bin einfach gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Der reiht sich natürlich preislich auch ziemlich mit Balea und Isana zum Beispiel mit ein, ist aber sogar noch ein bisschen günstiger. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, was hier drin ist. Sammy versucht gerade hinter mir zu buddeln. Sammy, du kannst doch nicht buddeln. Mr. Wow. Und die Adventskalender sind bei Action auch immer noch verfügbar, also schaut gerne mal dort vorbei, falls ihr möchtet. Gibt es halt nur im Laden. Also das Design ist schon wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich mag ja gerne so Rot-Gold. Am 1. Dezember haben wir direkt eine Bodylotion drin. Mary Berry, 30ml. Das ist auf jeden Fall von der Duftrichtung her sehr, sehr ansprechend. Und Beere-Duft mag ich auch gerne im Winter. Das passt sehr gut. Ja, es riecht extrem beerig hier raus. Ist noch verschlossen natürlich. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wäre natürlich auch cool, wenn wir hier eine ordentliche Pflegewirkung mit drin haben. Ja, und auch ein Duschgel darf mit 50ml nicht fehlen. Das ist Vanilla Twist. Sehr schön. Sieht tatsächlich auch von der Verpackung her sehr, sehr ansprechend aus. Vanille-Duft mag ich auch gerne. Wir haben die Sterne hier auch mit drauf. Also das ist schon liebevoll gestaltet. Und mag ich. Ist auch eine gute große Größe. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir ein Duschpuffel drin. Und mit diesem Duschpuffel kannst du natürlich dein Duschgel auch viel, viel länger verwenden, weil du nur viel weniger davon brauchst. Und das finde ich auch ganz charmant. Und ja, ist ein ganz klassischer Duschpuffel. Kann man machen. Sollte man regelmäßig auswechseln. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, kann man machen. Mary Berry ist hier die Reihe von dem Bodymist mit 30ml. Ich bin nicht so der Ultra-Fan von Körpersprays. Ich weiß ich nicht. Sehe da nicht so den Ultra-Sinn drin, um ehrlich zu sein, weil der Duft sehr schnell verfliegt. Das ist halt noch weniger als ein Eau de Cologne oder Eau de Toilette vom Intensivitätsgrad her. Und das ist schon wieder schade, muss ich sagen. Kann man aber vielleicht sonst auch als Mood Spray, als Raumspray verwenden. Oder als Kissenspray, ne? Am 5. Dezember erwartet uns ein Stück Auer Seife mit 30g. Ja, auch so Stück Seife ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und manche Seifen kann man sogar umfunktionieren als Pinselseifen. Das riecht einfach nach Seife. Das hat jetzt keinen großen Duft mit dabei. Nikolaus darf gerne etwas Besonderes sein. Und ich glaube, wir haben hier eine Badekappe drin. Ja, also das ist halt wirklich eine Badekappe. Mit Sternchen drauf. Ich weiß ja nicht. Benutzt irgendwer von euch Badekappen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich wüsste jetzt nicht, außer für Haare färben oder wenn du halt wirklich langfristig irgendwie eine Kur einwirken lassen musst oder so, wofür man eine Badekappe braucht. Dann schauen wir schnell in die Nummer 7 hinein. Und hier haben wir ein Face Wash Vanilla Twist 30ml. Also ein Gesichtsreinigungsprodukt. So was finde ich praktisch. Ist der erste Schritt für Skincare. Und jetzt kann ich ja mal dran riechen. Auch das ist verschlossen. Riechst du leider nichts durch. Ich mag gerne Vanilleduft. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir so Sticker drin. Die kannst du dir auf dein Gesicht kleben. Die kannst du dir aber auch in irgendwelche Tagebücher kleben oder so. Je nachdem, wie man das gerne mag. Oder auf den Körper. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Gesichtsmaske freuen. Mit 8ml. Das finde ich schön. Ich weiß nicht genau, was die machen soll. Steht hier nicht drauf. Wahrscheinlich Feuchtigkeit spenden. Werde ich mal ausprobieren. Mal gucken, ob die was kann. Sehr schön. In der Nummer 10 darf es mit einem Körperpeeling weitergehen. Auch aus dieser Vanilletwist Reihe. Mit 30ml. Das werde ich auch mal ausprobieren. Und ich denke, dass es jetzt auch richtig schön in der Weihnachts-Adventszeit, Winterzeit sein wird. Ich rieche da leider nichts raus. Also den Behrenduft habe ich ja eben schon gerochen. Aber den Vanilleduft leider noch nicht. Ja, also in der Nummer 11 haben wir etwas drin, was ein sinnvolles Tool ist, was ich aber ganz furchtbar finde und nie verwende. Und zwar ist es so ein Nagelhautentferner. Da gruselt es mich schon, wenn ich das Ding nur sehe. Mag ich gar nicht. Das finde ich richtig cool. Zu Nummer 12 bekommen wir eine Body Butter. Cozy Peer. 50ml haben wir hier drin. Und das finde ich charmant. Muss ich wirklich sagen. Also damit haben wir hier ein großes Produkt drin. Wo ich auch wieder nichts rieche. Keine Ahnung. Aber ja, Body Butter ist natürlich super pflegend. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das, was ich eben halt gesagt habe, was ich mir quasi von der Body Lotion wünschen würde, haben wir definitiv in der Body Butter. Das ist schön. Am 13. Dezember haben wir etwas, das kannst du in die Badewanne mit reingeben. Das ist eine Rosenblüte. Und wenn du die halt ins Badewasser gibst, dann löst die sich so auf. Hat auch einen leichten Duft mit dabei. Und das sieht natürlich auch super süß aus, ne? Am 14. Dezember haben wir einen Mary Berry Face Scrub mit 30ml. Sowas ist nicht unbedingt was für mich, weil ich verwende in meinem Gesicht nur chemische Peelings oder Enzym-Peelings. Weil diese mechanischen Peelings meinem Gesicht, was sehr sensibel ist, tatsächlich zu aggressiv, zu hart sind. Ja, am 15. Dezember gibt es einen Klassiker. Das ist eine Nagelfeile, einfach eine kleine Sandblattfeile. Da haben wir eine, ja, so eine Atrazitfarbe und hier halt die Goldfarbe. Das passt. Das ist schön. Und die Handcreme in der Nummer 16 ist auch großartig. Cozy Peer 30ml, weil in einem Beauty-Adventskalender oder in einem Pflege-Adventskalender erwarte ich Handcreme definitiv. Kann man auch in der Winterzeit sehr gut gebrauchen. Und hier sieht man auch wieder dieses wunderschöne Muster. Also das haben die toll designed. Das muss man wirklich sagen, ne? Eine Woche vor Heiligabend habe ich aus der Vanilla-Twist-Reihe eine Day-Creme drin. 30ml von der Gesichtscreme. Ist auf jeden Fall eine schöne Basic-Geschichte, ne? Ich denke, hier wird auch vielleicht so Hyaluronsäure oder sowas mit drin sein. Oh, wir haben Stearyl-Alkohol an zweiter Stelle. Das heißt, für meine Haut nicht ganz so geeignet. Und ansonsten sehe ich hier gar nicht so viele coolen Inhaltsstoffe. Ich glaube, das ist nicht ganz so geil. Am 18. Dezember darf ein bisschen Glitzer verstreut werden. Exclusive, nein, Spa-Exclusive Glitters. 5 Gramm. Das sind wirklich so Pailletten. Ich weiß nicht, wird man die sich ins Gesicht kleben oder an den Körper? Was macht man mit sowas? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Vielleicht für die Nägel? Weiß ich nicht, wie man das verwenden würde. Ja, würde mich mal interessieren. Ja, Sternchen, Pünktchen. Am 19. Dezember erwartet uns ein großes Pöttchen. Und zwar haben wir eine Hairmask Cozy Peer mit 50ml drin. Auch sowas finde ich schön, wenn die Haare auch bedacht werden, ne? Muss ich wirklich sagen. Am 20. Dezember haben wir einen Lippenbalsam mit Passionsfruchtduft. 10 Gramm. Und auch sowas sehe ich definitiv in einem Adventskalender mit Pflege. Und witzigerweise erinnert mich natürlich diese Verpackung ein kleines bisschen zum Beispiel an The Body Shop. Oder riecht, also das riecht wirklich sehr intensiv, ne? So schaut es aus. Ist ein festes Produkt, also ein Pöttchen. Sowas würde ich mir eher ans Bett stellen, weil für unterwegs musst du halt vorher die Hände waschen. Und man hat nicht immer so ein Hand, also so ein Waschbecken zur Hand oder so. Die große Nummer 21 enthält ein Armkettchen, was ich jetzt nicht so hart feiere. Aber wenn man den Preis von dem Adventskalender bedenkt, ist es okay. Und vielleicht, wenn man das einem jungen Mädchen oder so schenkt, wird sich das darüber freuen. Aber ich feiere das jetzt nicht so. Am 22. Dezember dürfen wir nochmal in die Wanne hüpfen. Und da haben wir hier so eine Badebombe mit 30 Gramm drin. Die wahrscheinlich irgendwie beerig riechen wird oder so, ne? Schaut auf jeden Fall schön aus. Und es ist auch ganz nett vom Adventskalender, dass er uns dann nochmal zwei Tage vor Heiligabend daran erinnert, dass man so ein bisschen mal chillen sollte. Und ja, ein Tag vor Heiligabend bekommen wir nochmal so Glitzersteinchen. Also ziemlich viel Glitzer. Ich hätte jetzt in so einem Adventskalender viel mehr erwartet, dass wir halt recht viel Pflege und so drin haben. Aber naja, dafür wiederholt sich hier halt nichts drin. Ich habe es mal an das andere drangeklebt, weil wir an beiden so Klevis dran haben. Okay, die 24 reißt es raus. Wir haben 105ml von einem Shimmering Shower Gel. Spa Exclusives Vanilla Twist. Oh mein Gott, das finde ich ja richtig schön. Das ist eine wundervolle Nummer 24. Und ganz ehrlich, ich habe heute auch andere Adventskalender ausgepackt, die teilweise 150 Euro gekostet haben. Da hast du sowas natürlich von etwas hochpreisigeren Marken drin. Aber die Idee ist die gleiche. Wir haben hier ein schönes Design. Wir haben tolle Produkte hier drin. Wir haben nichts, was sich jetzt irgendwie groß wiederholt oder so. Wir haben wirklich brauchbare Sachen hier drin. Klar, das ein oder andere Füllprodukt. Aber mit 12,95 Euro ist dieser Adventskalender so günstig, dass ich das dem vollkommen verzeihe. Also wir haben echt einen geilen Adventskalender hier von Action, oder? Ich glaube, dass es hier ein bisschen schwierig wird, einen Preis auszurechnen oder einen Wert auszurechnen. Aber ich würde definitiv sagen, dass es wert ist. Also das sind schöne Produkte. Man hat einfach jeden Tag so eine kleine Überraschung, sodass man da auch ein bisschen den Spa-Moment genießen kann. Und ich glaube, das kommt ganz gut. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.